Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video hier auf meinem Kanal und heute geht es um die nächste Fortballaufgabe und das wäre die Nummer 63 und diese heißt hier zu finden irgendwo zwischen Lucky Landing und Fatal Fields. Für die Aufgabe müssen wir also wieder zwischen zwei Rauten suchen und wo dazwischen jetzt das Fortballstück liegt, zeige ich euch jetzt direkt mal in einer Runde. Wie die Aufgabe ja gesagt hat, müssen wir zwischen Fatal Fields und Lucky Landing landen und zwar kann ich euch direkt sagen, wohin müssen und zwar gibt es hier unten so eine Tankstelle und genau dort gibt es dann das Fortballstück. Und während wir da runter fliegen, könnt ihr mal ganz kurz hier ein Abo da lassen, ihr seht auf jeden Fall jeden Tag immer die Lösungen, würde mich dann auf jeden Fall auch mega freuen. So jetzt sind wir hier bei der Tankstelle und genau hier sehen wir schon, da ist das Fortballstück Nummer 63 auf der Karte, wie gesagt genau hier zwischen Fatal Fields und Lucky Landing. Sollte eigentlich sehr gut sichtbar sein, denn die Tankstelle sieht man auf jeden Fall sehr, sehr gut vom Weiten. Deswegen geht ihr hin, hier seht ihr dann das Fortballstück 63, holt das hier ganz kurz und das war es auch schon mit der Aufgabe. Lasst auf jeden Fall gerne an der Stelle einen Daumen nach oben da, wenn es euch geholfen hat und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.